ist er groß und auf jetzt Alter ich bin jetzt schon mit zwei Mann auf Alter Fürth, Blatt hier Oh, come on! Alter, ich zieh alle ran, ey, ist ja voll fett Oh, halt, nimm mir das mal Oh, ne Schrot! Ne Schrot! Ne Schrot! Nein! Nein! Alter, ich bin nicht gut in diesem Spiel Wohin war die Runde echt geil Meine Hand, oah Hä, haben wir nur noch zwei Kills? Geht nicht runter, ey Boah, jetzt bin ich abgehangen, Alter! Jetzt hab ich einige killed Alter, wie kann man denn so... Warum bin ich da ganz unten gespawnt, ey? Ja, das ist mir davor auch passiert, ey Die Map ist voll krass Aber die ist voll geil, Alter Ja Weil du hier einfach nur raufkloppen brauchst Ja Ja, deswegen Eigentlich sieht man hier gar nichts Alter, den Wichser da oben, den müsst ihr mal killen Ja genau Alter, wie bin ich gesprungen? Nein Nein Einfach mit der Rocket da reinrotzen, Alter Ist das übel Wer ist denn jetzt hier der Wichser, hä? Erst andere beleidigen und dann übelst das ekelhaftes Spiel hier machen, ja? So Rinderrotzen Alter, um dich kümmere ich mich persönlich, ey Oh, jetzt ist sogar ein Rocket drin Nein! Boah, der Penner, Alter, die Wichser! Ich mache die Zunge, ey Ja, hast du davon, Penner Oh! Ich bin fast tot! Nein, ich bin tot! Mann, hier sind echt miese Säcke auf dem Server Die ziehen einfach nicht ran, sondern die warten bis einer spawnt Und dann killen sie die Hier, guck dir mal kurz hier an Hängt sich auch einfach da oben ran Boah, das war wohl nicht Nein! Ey, kaut sie, du Penner! Hahahaha! LOL Weiter, was geht ab, ey Einfach Rinder an den Okay Ich bin dumm, ey Ja, und tschüss So, jetzt mache ich die fiese Taktik Oma, Alter Ja, nur dumm, dass die Geschrotte hat Schöne Runde Oh, ja Und weiter geht's Boah, ist nichts los, Mann Mann, die Boah! Da bist du ja schon Man zeigt, wie er keinen Scheiß-In-Game-Sound, Alter Ist das anstrengend So, soll das mal rausziehen, ey Eigentlich habe ich den In-Game-Sound rausgemacht Deswegen hört man wahrscheinlich auch Ja, so voll anstrengt der in Game-Found Neeeee! Die sind voll geil Die sind voll geil Die sind voll geil Jeden Tag ins CS-In-Couch, die dir sagt Er rät doch genauso wie die Stimmt Leine Rüstung Als dir dachte es war Oh, der ist First Blood, oder was? Der kommt First Blood Schön Ja, aber ich bin da noch Scheiße Alle weg Kaut doch mal ab Ah, gibt's doch nicht So, dann lass wieder beschwunden Einfach Rinder ballern Einfach Rinder ballern Einfach Rinder ballern Oh, Moni der Oh, ich bin tot Ah, es sind auch nicht mehr so viele drauf Kaut sich, du Penner Sterb doch mal NIEMALS Oh, oh Paul hat dazugelernt Nein Ha, geht's weiter weg Du versteckst dich aber auch immer in der Ecke, wa? Geht doch Du Penner Du Wichser Du Wichser Und tschüss, Mann Ja Alter, ist das fies, ey, wenn die mich da so in die Ecke drängen Ja Und Jetzt hab ich keine Moni mehr Ah, du Wichser Oh, okay Bis erst klaust du mir den noch, und dann fühlst du mich noch mit einer Alter, ja, Treff ich aus Luck, seit du Dennis Treff willst Was ist denn davon, du Penner? Schnur Schnurzir Ich glaub, bei der Map bin ich nicht so gut, ey Du bist voll geil, wirklich Ich bin Ich war's genauso wie die anderen in dem Loch da Du hast grad gesagt, ich bin voll geil Ich find die Map voll geil Achso Hau dir Ja, du Penner Den Den eigenen Tod hast du verdient Alter Zieh die Waffe überfahren wir das ab? Ey, Kauzi, du Wichser, alter Kauzi geht übrigens ab, ey Das ist halt wie der Pferd Scheiße Komm, stopp! Ja, ey Beide Beide? Habe ich euch beide? Ne, ich hab Kauzi Nein Kauzi hat mich, ich hab Kauzi Das ist super Nein Nein Oh Gott Nein Ja 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 Ich hab dich, du blöder Pferd Lass mal die Waffe hier wegnehmen, damit die Kauzi die auch überhaupt nicht kriegt, ey Ja 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 Ja, ich hab grad viel gebracht, oh Oh nein Und nochmal Woah Woah Ha, ha, ha ha Multi-Key Multi Multi Wtf What the fuck Yeah Heuer Da Boy Woah Wauw, hab ich den reingezogen Alter, du bist ein blöder Penner, immer abzuhauen und dir dann die Heilung zu holen, ey. Kämpft doch mal wie ein Mann. Nicht wie eine Pussy. Hier, Loop. Genau. Nein. Ja. Ninja Schwert, nein. Wo ist das Ninja Schwert? Abhauen. Und los geht's. Da hab ich faul wieder. Nein, 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 nein. Nein. Ich bin der erste, der gleich stirbt, glaube ich. Ach nee, Pau ist der erste. Ja, ja, ja. Der hat mich ja bestischt, fast. Alter, dieser eigene Wichser. Oh, das ist ja so eine große Map, wahr? Oh, ich glaube, ich krieg wieder eine Stille. Paul, ich hab'n Laser. Komm mal her. Dann weiß ich gar nicht mehr, wo du bist. Hehehe. Schieß doch. Schieß doch. Schieß doch. Halt doch. Also, dass er Yas humidity wieder hat. Oh, da ist wirklich kein Moin mehr. Ich kaste' dich in, ganz geil. Ich kaste' dich in, ganz viel Euro. Und da league even. Man Freunde hat mich eigentlich nicht getroffen. Und da war erregend. so vor allem mit dem und eben bis zu bieten und den habe ich auch noch mitgenommen ja es ist ja mein Mann im Spruch und als Entschluss habe ich noch nur für käme und ich habe schon zu ist könnte schon zu zweit geben ich ja da weiter überleben ordet hochkrieg am schönsten oder bebt eck überlegt er Ja, ist halt schlecht. Wieder gebraucht er? Oh, Kautzi. Kautzi, bist du immer am Anfang der Beste, aber dann verlierst du. Ja, ja. Nein, Scheiße, Kautzi, lass mich! Jetzt verdammt! Kann man durch den Enderhaken einen killen? Verdammt! Mach das wieder, weil du alleine mit dem, der ist doch was tot. Oh Gott, du hast ja wieder viel Leben, ey. Da heug ich auch lieber ab. Ahaha, voll dumm. Nein! Oh Gott sei Dank. Oh, verdammt scheiße. Oh Gott, nein, das wird immer kaut wie du Penner. Komm mal her, Paul. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit an das. Ich bin schön viel Herzen. Oh, Penner. Und schon wieder von Leben. Oh Gott. Oh, ich muss scheiße. Oh, ich muss scheiße. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Alter, krank, ey. Nein, er hat den Naser. Alter! Er hat einen Wichser. Ey, das... Das gibt's einfach nicht, ey. Kautzi ist genau da immer, wo die Schilder sind. Du wirst eigentlich genau, wo er ist immer. Nein. Ätze gehen, Kautzi. Scheiße. Mann! Kommt! Äh, aber du, wa? Komm her! Komm her! Komm her! Hör doch nicht immer weg, Paul. Was bist'n du für'n Assi? Ja, sag ich dir mal, ob ich Tödler oder was du hältst. Nee, aber du hattest genau so viel Energie wie Icke. Na ja, siehste. Feiger Sack. Grund aufzuhauen bei dir. Feiger Sack. So bin ich. Problem nicht, wenn ich dich bei der Beschwerdestelle. Oh Gott, Alter. Ich kreif' überhaupt nicht mit der ehn komischen Waffe. Ja, du Penner. Das war's ja gar nicht scheiße. Scheiße? Alter. Warum stirbt er nicht? Warum hat er keine Money mehr? Wann? Was fehlt denn? Ja! So, letzte Runde. Das war dein. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Manuel!